Moin Leute und willkommen zum neuen Video. Die Loot Chess ist wieder da und dann schauen wir mal rein, was wir dieses mal drin haben. Ich seh schon von Pac-Man, ist hier irgendwas bei? Also Akash, ok. Auch von Space Invaders. Das ist noch mal ein anderes Motiv. Der gute alte Daddelautomaten. So, dann haben wir hier einmal eine Postkarte. Ja, war in letzter Zeit sehr beliebt bei Netflix unter anderem. Wednesday. Sehr tolle Serie, kann ich eigentlich nur empfehlen. Dann habe ich hier von, zurück in die Zukunft, ein Puzzle. 250 Stück. 250 Teile. Dann haben wir hier noch von Cyberpunk den Johnny Silverhand. Dann haben wir hier noch von Harry Potter. Mystery Books. Ein Puzzle Eraser. Dann gucken wir doch mal rein, welchen wir haben. Und es ist... Oh Gott, aber muss man noch zusammenbauen. Der ist in Einzelteile. Der kommt. So. Und dann haben wir hier noch... ...einen Schal. Den man hier so reinmachen muss. Na, kommt schon her, hier. Zack. Und dann kommt der da so rein. Zack. So. Und schon ist er fertig. Der kleine Radiergummi. Oder Radierfummel, wie man es vorher gedacht hat. Ja, cool. Und dann habe ich... ...eine Magnetbox. Magnete von Batman. Gucken wir mal rein. Und ich muss das hier noch mal rein. Ja, schweizer Verpackung. Oh, Two-Face. sehr sehr schwer und da ist Two-Face irgendwie drin ok das ist ein Magnet da ist noch eine Münze drin ich kann das nicht erkennen da noch mehr drin ist weil da ist eine Münze drauf und das ist relativ schwer ich will da jetzt auch nicht großartig mehr aufmachen da kann man da, ne da kommt man nicht hinter oh ok falls jemand das nochmal geöffnet hat von den anderen Loot Shares dann schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare ob da noch was drin ist das war es leider schon wieder die ist schon wieder leer das war es für den März musste gerade mal zum Kalender gucken ja dann das Shirt kennt ihr vorher schreibt es uns gerne mal in die Kommentare unten dann wenn euch das Video gefallen hat gebt mal doch gerne einen Daumen hoch abonniert den Kanal wir sind mittlerweile 55 Dankeschön für den neuen Abonnenten der dazugekommen ist und dann bis zum nächsten Mal Halt die Ohren steif Ciao Ciao